Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Kessa Standventilator Frosty. Ja, so langsam zeigt sich der Sommer in seiner Blüte und es wird langsam wärmer. Draußen ist das natürlich meistens sehr angenehm und schön, aber zu Hause oder auch beim Arbeiten will man natürlich eher die kühle, angenehme Raumtemperatur halten und genau dafür könnte so ein Standventilator eine gute Option sein. Das Amazon-Angebot zum Standventilator Frosty aus dem Hause Kessa werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Und ja, wie bereits gesagt, so langsam wird es wärmer. Wir haben jetzt zwei Sommer hinter uns, die zwar auf der einen Seite schön warmen, aber teilweise auch viel zu warm waren. Natürlich hoffen viele Leute, dass es diesen Sommer nicht wieder so kommt. Wird es so kommen? Das lässt sich jetzt wahrscheinlich noch nicht so genau sagen. Also jetzt rund um Herrentag war es schon schön warm. Das ist so die Temperatur, wo viele Leute sagen, ja, ideal, so muss das sein. Aber mit den voranschreitenden Monaten wird es dann meistens noch ein bisschen wärmer. Also müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Momentan würde ich noch sagen, noch auf einem, ja, geht so Niveau. Trotzdem kann so ein Standventilator natürlich für eine schöne Erfrischung zu Hause sorgen. Und ich würde sagen, wir schauen hier uns ein paar Eigenschaften auch noch genauer an. Sprühnebel-Ventilator sorgt nicht nur für den Luftstrom, sondern er kühlt die Umgebung auch durch einen kühlen Sprühnebel ab. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist hier noch so eine Art, ja, Extra-Funktion. Gefällt mir auf jeden Fall gut, denn hier ist auch rasch mit der trockenen Luftschluss, die sich im Sommer, aber teilweise auch im Winter natürlich bilden kann. Hat auch eine Ionisator-Funktion für ein äußerst angenehmes Raumklima. Also echt erstaunlich, was du hier doch für einen recht überschaubaren Preis bekommst aus dem Hause Kesser. Der Frosty-Standventilator wirkt auf jeden Fall echt cool auf mich, wenn du mich fragst. Auch sehr stylisch und modern sieht er aus. Ja, den brauchst du natürlich nicht verstecken in deiner Wohnung. Nein, der kann sich sogar blicken lassen. Besonders an heißen Tagen sorgt er für eine angenehme Luftabkühlung als auch eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Auch im Winter wird das Raumklima durch Befeuchtung der trockenen Luft erheblich verbessert. Ein Standfuß mit vier Lenkrollen kann jederzeit flexibel und mobil aufgestellt werden. Auch das ist sehr wichtig. Man will ja immer mal ein bisschen herumprobieren, an welchem Platz der Ventilator den besten Effekt macht. Und ja, dass man ihn so flexibel aufstellen kann, das ist auf jeden Fall ein weiteres Highlight, wenn du mich fragst. Mir gefällt es insgesamt sehr gut, was du hier für einen durchaus überschaubaren Preis für einen interessanten Standventilator bekommen kannst. Klar, es gibt unglaublich viele Ventilatoren auf dem Markt, gar keine Frage. Da musst du mal so ein bisschen schauen, hey, auf was kommt es mir an? Dieser hier von Kessler wirkt auf jeden Fall sehr interessant auf mich. Sprühnebelfunktion, wie bereits gesagt, wirkt an warmen Sommertagen äußerst erfrischend und kühlen. Im Sommer ist die Sprühnebelfunktion eine Erleichterung, kann aber auch im Winter benutzt werden, wenn die Raumluft durch das Heizen trocken ist. Ja, trockene Raumluft ist wirklich so oder so immer sehr unangenehm. Das ist auf jeden Fall cool, dass man hier damit ein bisschen gegenwirken kann. Zwei Liter Wassertank, das ist auf jeden Fall cool. Timer-Funktion, drei Leistungsstufen, Fernbedienung mit zehn Meter Reichweite und sechs Bedientasten. Leise und effizienter Standventilator. Also das ist, wie ich finde, ein sehr interessantes Angebot hier aus dem Hause Kessler. Mir gefällt der Frost hier echt gut, aber klar, im Endeffekt muss das jeder Freund der kühlen Wohnatmosphäre auch selbst beurteilen. Wie bereits gesagt, hoffen wir nicht, dass dieser Sommer wieder so übertrieben wird wie die letzten beiden Sommer, denn das war teilweise schon echt hart. Wenn es draußen warm ist, du von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommst und es drinnen dann auch noch genauso warm ist, da kann man eventuell mit so einem schicken Ventilator natürlich dagegen wirken. Das Amazon-Angebot zum Kessler-Standventilator Frosty werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir sehr gerne anschauen, wenn du dich für diese Gerätschaft interessierst. Ich halte ihn für eine interessante Wahl für die angenehme Raumatmosphäre. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen, angenehmen Tag. Alles Gute. Ciao.